das ist dark souls 3 was da unten links bereit zum start ist und das werde ich auch verdammt noch mal spielen es gibt einen kniff dark souls 3 wurde jetzt ja schon in japan veröffentlicht und man kann es sich dort kaufen und dann herunterladen und man darf es dann auch schon spielen gibt eine offizielle microsoft stellungnahme dass sie das nicht so gut finden aber dass es offiziell kein region lock gibt und dass sie hat nichts dagegen machen und das heißt natürlich ich werde dark souls 3 spielen ich bin schon so wahnsinnig aufgeregt mein streamplan den ich für diese woche erstellt habe wird dadurch bisschen durcheinander gewirbelt ich weiß noch nicht genau welche anderen slots wie ich wo was verschieben werde ich kann schon nicht mehr reden ich freue mich wie sau also erstmal dark souls 3 wird jetzt gleich gestreamt folgt dann auch auf youtube auf martin spielt die die videos dann kurz darauf und wie gesagt wie die anderen sachen sich verschieben werde ich mir dann noch mal im detail überlegen und dann vielleicht neuen stream plan für die restlichen tage der woche machen aber erst noch diese ankündigung wahnsinn also ich hoffe wir sehen uns gleich auf twitch oder halt später auf youtube ich liege jetzt